Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auf den Thousand Islands vor Jakarta. Wir sind gestern in Jakarta angekommen abends, sind heute morgen um fünf Uhr direkt wieder aufgestanden und sind weiter hierher gefahren mit dem Boot. Ja genau, wir sind auf gut Glück hierher gekommen. Wir haben leider im Internet gar nicht so viel gefunden und haben uns dann einfach irgendeine Insel rausgesucht und haben dort auch ein Homestay gefunden. Aber die Insel ist jetzt nicht so schön, muss man sagen. Deswegen haben wir uns jetzt so einen privaten Fischer hier gemietet. Genau, und jetzt machen wir ein bisschen Inselhopping und schnarcheln ein bisschen, weil tauchen geht auch nicht. Und ja, schauen uns die Inseln mal drumherum an. Inselhopping 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 Wir sind jetzt auf einer neuen Insel angekommen und jetzt schaut euch mal diesen schönen weißen Sand an. Und dann das. Und so sieht es ohne Witz überall hier aus. Überall sind Unmengen von Müll, Plastik, was hier angeschwemmt wird. Es schwimmt im Meer, der ganze Sand ist voll. Es wäre so ein schöner Ort, aber der ganze Müll macht es einfach total kaputt. Aber wir haben auch was ganz schönes entdeckt und zwar Seesterne. Hier wimmelt es nur so von Seesternen und man sieht sogar die Abdrücke im Sand von denen. Das ist echt verrückt. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Was ganz cool ist, auf der Insel hier gibt es keine Autos. Man fährt eigentlich nur mit dem Fahrrad hier rum und ein paar Roller haben wir schon gesehen. Und es macht echt Spaß. Uns ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht gesagt haben, wo wir genau hingefahren sind. Wir sind hier auf der Insel Pari, aber uns hat es hier leider überhaupt nicht gefallen. Also es gab keine schönen Strände, es ist ziemlich verdreckt. Das Einzige, was ganz cool war, dass wir mit den Fahrrädern hier unterwegs waren, aber wir sind überzeugt, dass es bestimmt noch schönere Orte hier gibt. Da wir auch schon ein paar Videos gesehen haben, aber leider nicht rausfinden konnten, wo das genau gedreht wurde. Ja, jetzt fahren wir zurück nach Jakarta und gucken, ob wir eine neue Kamera kaufen können. Und wenn ihr genauso hofft wie wir, dass die nächsten Orte wieder geiler werden, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und auch auf jeden Fall ein Abo, damit ihr weiter mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.